Freitag geht es bei Software-Architecture im Stream um eure Fragen. Ich habe schon eine Frage aus dem Formular über das Thema Microservices, eine zum Thema Technikadapt. Ich werde diese Fragen und weitere Fragen, die ihr entweder über Twitter an addewolf oder über das Formular auf der Webseite einreicht, beantworten und mit euch gemeinsam diskutieren. Bis Freitag, ich freue mich.